Heute sind wir bei den Kreuzrettern mit Charlottenburg in Bewegung in der Bismarckstraße am Sophie-Charlotte-Platz Nummer 67. Und bei mir ist... Adrien. Was sind Kreuzretter? Ja, Kreuzretter, das sind am Ende wir, mein Mann und ich. Wir sind hier seit knapp über zwei Jahren und bei uns kann man quasi eine Massage bekommen für seine Rückenbeschwerden oder einfach nur als Entspannung aus dem Alltag mittels der EMS-Technologie. Das muss man mir nicht dazu sagen, bei Massage denken wir immer, da kommt jemand gleich und haut mir auf den Rücken und im schlimmsten Fall läuft er auch auf mir rum. Das ist gar nicht der Fall. Nein. Wie funktioniert das bei euch genau? Nein, das ist bei uns ganz anders. Bei uns funktioniert die Massage mittels der EMS-Technologie, das heißt wir arbeiten mit der elektrischen Muskelstimulation. Beim ersten Besuch findet eine Rückenanalyse statt, das heißt wir schauen uns die jeweilige Rückensituation an und stellen die Parameter für die dann folgende Massage ein, sodass eben jeder die Massage bekommt mit der elektrischen Muskelstimulation, wie es auch für den jeweiligen Rücken eben angesetzt werden sollte. Das ist also wirklich eine individuelle Analyse, die stattfindet. Dann folgt die 20-minütige Massage und es ist dann am Ende eine Kombination aus Entspannungstherapie, Wärmetherapie, Kräftigungstherapie, wirklich ein Rundumpaket, sodass wir damit eben verklebte, verhärtete Muskulaturen lösen und eben peu a peu auch an der Rückenkräftigung arbeiten, Muskulaturkräftigung. Eure Massage, quasi die EMS-Massage beim Kreuzrettet, geht glaube ich auch tiefer als die Massage vom besten Masseur, selbst wenn er für den KGB gearbeitet hat. Na genau, also wir kommen damit eben nicht nur an die oberflächige Rückmuskulatur, sondern wirklich in die Tiefmuskulatur rein und das ist eben der Vorteil bei der elektrischen Muskelstimulation, ganz genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Laden aufzumachen? Ja, also das Thema Rückenleiden ist schon immer bei vielen präsent und hier kombinieren wir eben wirklich, indem wir nicht nur die Menschen ansprechen, die wirklich ein akutes Rückenlein haben, die eben lange damit zu tun haben, immer wieder mit Rückenbeschwerden geplagt sind, sondern wir sprechen mal eben auch die Menschen an, die einfach ein bisschen Entspannung vom Alltag möchten, die einfach präventiv was für ihre Rückenmuskulatur machen wollen und ja, das Thema Rücken ist schon immer in aller Munde, schon immer ein großes Thema, Rückenbeschwerden und ja, nach Corona mehr denn je, muss man einfach so sagen und das war für uns eben der Ansatz, dass es für uns ein tolles Produkt ist, mit dem wir arbeiten, wo wir selber natürlich auch zu 100 Prozent dahinter stehen und ja, jetzt haben wir vor zweieinhalb Jahren das Studio hier eröffnet, genau und der Zuspruch ist da. Es ist schwer Termine hier zu bekommen, hat mir Sven gestern erzählt, alles ist ausgeruht über den ganzen Tag, dann hat er mich aber trotzdem noch dazwischen geschoben, wahrscheinlich mit dem Hinweis, das ist schon jemand von der Presse. Ich weiß, ihr seid nicht die einzigen Kreuzritter, die in Berlin sind, also nicht nur Charlottenburg, sondern in anderen Bezirken gibt es in der Zwischenzeit auch welche, weil das ein Franchise-System ist und ihr geht quasi mit eurer Technik auffremd, also raus aus dem Laden in Büros. Genau, wir arbeiten auch mit diversen Arbeitgebern zusammen, suchen da eben auch die Kooperation, weil das eben auch eine spannende Geschichte ist für einen Arbeitgeber, um einfach die Gesundheitspräsentation in deren Firmen bei seinen Mitarbeitern zu stärken und da haben wir schon einige Arbeitgeber, die den Vorteil für sich nutzen, die den Mitarbeitern was Gutes tun, reduziert den Krankenstand, fördert den Mitarbeiter Zufriedenheit und da kann man natürlich ganz gut was mit anfangen. Man kann das jetzt nicht genau beschreiben, was eigentlich passiert mit einem, sondern man muss es ausprobieren, wenn man es ausprobieren möchte. Wie viel Zeit muss man mitbringen, was soll man beachten dabei, wer kann das machen, können das alle machen, vielleicht auch, was muss man rechnen, kostet das nach? Also grundsätzlich kann man das gerne testen bei uns. Wir bieten so eine Probeamwendung für 19 Euro an, weil, wie du schon sagtest, ist immer ganz gut, man muss es einmal ausprobieren, man kann das manchmal schwer erklären und ja, als Zeitumfang beim ersten Termin braucht man ein bisschen länger, weil wir eben im Vorfeld eine Analyse durchführen, ein Anamnesegespräch und hier eben auch über diverse Kontraindikationen aufklären. So viel zu der Frage, wer kann das machen, das finden wir dann im ersten Gespräch raus und genau, dann geht es los. Also vielleicht so ungefähr 40, 45 Minuten beim ersten Termin. Wenn man dann regelmäßig zu uns kommt, dann ist man in einer halben Stunde fertig. Also erster Termin für 19 Euro zum Ausprobieren, Bismarckstraße 67 Seite. Wie kann man euch erreichen, außer vorbeigehen? Telefonisch, per E-Mail. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, dass man bei uns eben auf unserer Webseite direkt unseren Standort zum Beispiel aufruhen kann, Charlottenburg auswählen kann, dann kann man direkt online eine erste Probeamwendung buchen, kann sich quasi den nächstmöglichen freien Termin raussuchen, landet der Termin direkt bei uns im Kalender und wir sehen das und dann freuen wir uns drauf. Aber ansonsten, wenn man auch regelmäßig zu uns kommen möchte, sonst kann man über eine App Termine buchen. Wir machen mit vielen auch direkt im Anschluss schon Folgetermine. Also mit jedem so, wie es am besten passt. Kreuzretter Charlottenburg, Bismarckstraße 67, findet ihr im Internet unter kreuzretter.com. Ich danke. Dankeschön.